Udi Lindenberg mit seinen 98 Luftballons passt super zu dem Thema. Und darum sage ich dir immer, hast du etwas Zeit für mich? Ohne Gummi mach ich's nicht, nur mit 98 Luftballons, Blauschübel und auch Fronks. Ich geh sehr gern mit dir ins Bett, doch kein russisches Roulette. Ich möcht so gern noch weiterleben, darum sage ich dir eben. Hast du etwas Zeit für mich? Ohne Gummi mach ich's nicht, nur mit 98 Luftballons, Blauland und Schorlenblom. Ich geh sehr gern mit dir ins Bett, aber bitte kein russisches Roulette. Ich möcht so gern noch weiterleben, und darum 98 Luftballons. Ja, Udi Lindenberg hat sich vor wichtigen Problemen noch nie gedrückt. Vielleicht helfen seine 98 Luftballons, ja eure Berührungsängste mit Kondomen abzubauen.